Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Endlich kann ich wieder lachen. Einigermaßen. Ich habe einen richtig dicken fetten Herpes eingefangen. Heute werde ich zum Müller fahren und da war ich sehr lange nicht mehr mit euch. Deshalb nehme ich euch mit. Ganz viel Spaß beim Video. So, wir sind angekommen und hier gibt es schon richtig süße neue Masten. Voll niedlich, oder? Ja, davon brauche ich aber keine. Ich brauche aber mein Reinigungswasser. Das hier. Hier gibt es auch jetzt diese Geschenksets von Bellegar. Und auch hier ganz, ganz viele. Also von der war ich jetzt nicht so begeistert. Die war ja auch mal eine Zeit lang vorgehypt. Und die auch. Die fand ich beide jetzt nicht so gut. Aber das ist ja Geschmackssache. Oh, das ist ja süß. Das ist ja niedlich. Ja, wir hatten das auch so ein Geschmackssache. Zum freien Reinigungswasser. Und auch Wimperntusche. Ja. Okay, hier brauche ich jetzt nichts. Mein Lieblingspafour ist irgendwie momentan dieses hier. Das riecht so gut. So, mein Shampoo ist da gegangen und ich hatte das letzte Mal schon gesagt, dass ich das hier mal probieren wollte. Kokosnuss. Ja. Locken Shampoo. Genau, das kommt einmal mit. Kokosnusskalender. Was ist da denn drin? Von Müller-Eigenbanken. Ich brauche meinen Schaumfestiger. Oh, der ist gerade in der Werbung. Nehme ich den hier mit. Die ist ja richtig schön, die Kette hier. Mit Buchstaben. Oh. Niedlich. Okay, der ist natürlich auch cool hier. Ich brauche noch ein bisschen was an Reinigungssachen. Was ist das hier? Kerzen. Und die sind ja auch süß. Kuschelsocken. Niedlich. Auch ein schönes Geschenk. So. Mein... Oh, hier ist ein neues Priel Winterbeere. Das können wir doch auch mal testen. Meins ist nämlich leer. Ja. Dann ist gerade in der Werbung. Ja. Das kommt auch mit. Ich kann noch nichts mehr hin. Alles gut. Ich muss selber eben gucken. Dann werden wir umgekehrt. Ja. Jawoll. Fein. Ja. 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 Wir sind auch so süße Geschenksets. Sie verschenken. So schön. Handzeichen. Die hatte ich letztes Jahr für die Kinder im Adventskalender. Sind so kleine Videos. Hallo. Hallo. Suisse. Ja. Ich glaub da geh ich mit. Zwei von der. Ja. Nehmen wir die hier. jetzt so hier bin die zahnseite sticks ist ja auch ja die kommt auch mit das ist auch was neues glaube ich sieht auch schön aus Queria hier wer so is ich würde gerne starten ich kann, jetzt was hier das die Lawrence und dann immer das Spülschau. Das ist auch neu. So. Ich muss mal die Bandsaufstrich kaputt jetzt gerade nicht. Oder sieht der anders aus? Ich glaube, der sieht nicht so aus. Dann würde ich die Passata nochmal mitnehmen. Und einen Kokosriegel für die Nerven. Ich habe in der Werbung gesehen, es gibt jetzt auch so einen Frauen-Tee. Ich gucke gerade mal, ob ich den sehe. Oder gibt es den nur bei DM? Ich weiß es nicht. Ne, hier sehe ich ihn jetzt gerade nicht. Fand ich auf jeden Fall interessant. Wollte ich mal probieren. Halsbärmer. Das sieht sich auch gut an. Den nehme ich jetzt mal mit. Denn jetzt brauchen wir wieder sehr viel Immunstärke. Komm mal mit. Okay, ich glaube, ich habe alles. So, ihr Lieben, ich bin wieder im Auto. Ich habe alles bekommen, was ich wollte. Und sogar noch mehr. Ich habe sogar ein paar Geschenke bekommen. Die kann ich euch natürlich jetzt hier in dem Video nicht zeigen. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.